Sie sehen hier die IBK Safe-H. Das ist eine Dichtung, die im Kraftnebenschluss arbeitet. Sie wird besonders im Anlagenbau bis hin zum Kraftwerksbau oder Kernkraftwerksbau eingesetzt. Die Besonderheit ist, Einsatz für Temperaturen bis 1000 Grad sind möglich und 525 Bar. Eine überpressende Dichtung ist nicht möglich durch die besondere Form. Zentrilhilfen können angebracht werden und erleichtern den Einbau. Die Kostenersparnis wird erzielt durch die Wiederverwendbarkeit und die einfache Lagerhaltung durch Normung der Größen. Mein Name ist Stefanie Bultmann. Ich arbeite bei der Firma IBK Wieser an GmbH für den Fachbereich Lichtungstechnik.